Moin Moin, Servus, Grüezi und Helo und Willkommen zu diesem neuen Warnapaday über das Gerät Video. Ich habe mal wieder von O2, ja dieses Mal sogar zwei Testgeräte im Bundle zur Verfügung geschenkt, äh nicht geschenkt natürlich, sondern gestellt bekommen. Ähm, die Geräte müssen auch wieder an O2 zurückgeschickt werden und, äh, selbstverständlich bin ich in meiner Meinung keiner, äh, in keinster Weise beeinflusst. Ich kann also, ja, alles was Positives werde ich erwähnen, alles was Negatives werde ich auch erwähnen, das gewissermaßen nur als kleiner Disclaimer. Äh, wie gesagt, das wurde mir als Bundle zur Verfügung gestellt, das ist einmal das Galaxy Z Flip 5 oder Z Flip 5. Und, äh, die Galaxy Watch 6. Gucken wir uns einmal ganz kurz die Galaxy Watch 6 an. Ähm, ich habe selber die Galaxy Watch 5. Apropos, hole ich doch einfach mal ganz kurz herbei. Ähm, gebe ich einmal kurz hier den PIN-Code ein. Dann kann man auch schon sehen, die ist kleiner, das Display, das Display ist größer. Ich habe hier extra mal, äh, ja, den, äh, also der Rahmen bei meiner Galaxy Watch 5 ist größer. Finde ich gar nicht so schlecht eigentlich, weil, ähm, die normale Galaxy Watch 6 auch hat ja die digitale Lunette. Das heißt, ihr wischt am Rahmen längs und bei meiner Galaxy Watch 5 wischt ihr halt nicht auf dem Display, sondern wirklich auf dem Rahmen. Und hier, ja, das, äh, ja, für die Anzeige ist das natürlich schöner. Aber, wie gesagt, mich stört der größere Rahmen eigentlich nicht. Die Galaxy Watch 6 hier hat ein halbes Gigabyte mehr, ähm, mehr Arbeitsspeicher. Also zwei Gigabyte statt einem Gigabyte. Hat aber weiterhin nur 16 Gigabyte internen Speicher. Davon stehen irgendwie so acht Gigabyte ungefähr zur freien Verfügung. Wir gucken da einfach einmal ganz kurz rein, ähm, hier, wo haben wir es, den Akku und Gerätewartung? Und da müsste es sein, oder? Ja, hier, 6,6 Gigabyte. Sieht man das hier? 6,6 Gigabyte stehen also zur Verfügung für Offline-Musik, Offline-Podcasts, Watchfaces, Apps, etc. Reicht natürlich aus, aber so grundsätzlich, sagen wir mal, 32 Gigabyte und dann stehen irgendwie 25 zur Verfügung. Ist natürlich schon mal netter. Ähm, die App, äh, die Uhr triecht sich sehr gut, äh, hat natürlich all die ganzen schönen, äh, Sensoren hier. Blutsauerstoff, äh, funktioniert meiner Meinung nach ziemlich gut. Schritte funktionieren gut, ähm, was hat es denn noch? Hauttemperatursensor natürlich. Und einiges, äh, mehr. Ähm, ähm, dieser Bioimpedanzsensor, also, ne, also, dass ihr hier Körperfett und so weiter messen könnt. EKG ist natürlich drin, Blutdruck, das funktioniert aber ja offiziell, deswegen ist das Bundle natürlich auch gar nicht so schlecht. Offiziell nur mit Samsung-Smartphones. Es gibt da, äh, guckt ihr einfach bei XDA-Developers, es gibt da durchaus Hacks, in Anführungsstrichen, äh, die das auch ermöglichen. Das hatte ich zum Beispiel mit der Galaxy Watch 4, dass ihr auch EKG und Blutdruck, ähm, ja, mit einem Pixel-Smartphone oder so nutzt. Aber grundsätzlich ist das, äh, ist eine Samsung-Uhr schon ideal eigentlich mit einem Samsung-Smartphone. Alleine was das Ökosystem anbelangt, habt ihr dann noch Samsung, äh, zum Beispiel die Galaxy Buds 2 Pro, äh, dann könnt ihr die Lautstärke und alles Mögliche eurer, äh, Earbuds steuern mit der Uhr und so. Also, das macht Samsung schon sehr gut, da stehen da meiner Meinung nach auch Apple A wirklich in nichts nach. Ähm, würde ich wechseln von meiner, von meiner Galaxy Watch 5 auf die Galaxy Watch 6? Nein, auf keinen Fall. Dafür ist mir einfach, wie gesagt, Display größer und ein bisschen mehr Arbeitsspeicher und so. Dafür ist mir das einfach zu wenig Unterschied. Ähm, würde ich wahrscheinlich auf die Galaxy Watch 7 wechseln? Ja, durchaus. Warum denn nicht? Mal schauen, was da so kommt. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, die Galaxy Watch 6 ist eine sehr, sehr, sehr gute Smartwatch. Und meiner Meinung nach, wenn es eine Wear OS-Smartwatch werden soll und wenn euch ein bis anderthalb Tage Akkuleistung nicht zu wenig ist, dann kommt man eigentlich im Wear OS-Sektor an den Samsung-Uhren nicht vorbei. Das soll auch, ich wollte kurz sprechen, das soll jetzt genug gewesen sein über die Uhr. Ich lasse sie hier liegen, ne? Gehört ja zum Bundle dazu. Fangen wir an mit dem Galaxy Z Flip 5. Ähm, einem Foldable. So, beziehungsweise fangen wir einfach mal mit dem Außendisplay an. Sperre ich mal und dann kann man hier, habe ich hier so, ne, so, kann man hier so Sachen rauflegen, irgendwie Uhrzeit und Shotcard und Dings. Und dann kann man irgendwie noch den Kalender raufpacken und das Wetter und dann könnt ihr euch mit Goodlock, das zeige ich euch noch, ähm, auch alle möglichen Apps raufpacken. Ihr könnt die Kamera starten und ihr könnt die Galerie machen und ihr könnt YouTube darüber gucken, wenn ihr das wollt. Und, und was ganz witzig ist eigentlich, also irgendwie ganz witzig ist, ich mache mal Sound aus, damit es da keinen Ärger gibt. Ihr könnt zum Beispiel auch so kleine, äh, Spiele wie Temporan darauf zocken. Wenn ihr, ja, ich bin wahnsinnig gut, vor allen Dingen so mit der Kamera, also so gar nicht gut. Äh, nein. Naja, das kann man auf jeden Fall machen, wenn man das will. Offiziell sind diese, das geht wie gesagt über Goodlock, offiziell, ähm, ist sowas hier wie, wie Timer und Stoppuhr und diese Apps. Maps, Messages, Nachrichten und YouTube werden offiziell unterstützt. Ihr könnt grundsätzlich über Goodlock alle Apps da hinzufügen, die ihr wollt. Hier Moshidon nutze ich für Mastodon, Threads ist klar, Blue Sky, Instagram. Könnt ihr alles auf diesem kleinen Display nutzen. Netflix könnt ihr darüber auch gucken. Macht meiner Meinung nach allerdings überhaupt keinen Sinn. Also, um mal Benachrichtigungen nachzugucken und so. Ja, kein Ding. Ihr habt da auch die Tastatur. Ihr könnt darauf auch so lala tippen. Oder zum Beispiel über WhatsApp. Ich klapp das mal auf, damit man auch was sieht. Über WhatsApp auf dem Außendisplay könnt ihr auch antworten. Aber so richtig toll ist das nicht. Sprachnachrichten vielleicht noch. Ja, aber wie gesagt, so richtig Spaß macht das nicht. Zum richtigen Benutzen aufklappen. Gehen wir einmal kurz um das Gerät rum. Hier unten habt ihr Lautsprecher, USB-C-Anschluss, nein, Mikrofon, USB-C-Anschluss, Lautsprecher. Auf der linken Seite habt ihr hier oben den SIM-Karten-Slot. Auf der rechten Seite habt ihr den Power-Button mit integriertem Fingerabdruckscanner und die Lautstärkewärmbe. Einzelne Tasten würden mir besser gefallen. Auf der Oberseite nichts. Unterseite hatten wir. Auf der Rückseite habt ihr hier halt nichts. Hier das Außendisplay und hier oben da die Doppelkamera, Dual-Kamera, normale Linse und Ultra-Weitwinkel. Ich halte das jetzt einfach mal so, falls ihr euch fragt, was das für ein Launcher ist. Das ist übrigens der Niagara Launcher. Meiner Meinung nach für so ein Foldable viel, viel, viel besser geeignet tatsächlich als der Stock-Samsung-Lancher. Das macht meiner Meinung nach viel mehr Sinn mit so einer Liste, aber das ist sicherlich Geschmackssache. Hier in der Mitte seht ihr die Falz, sagt man Falz dazu? Also den Knick, wo ihr es halt knickt. Ich habe immer mal wieder Kollegen gehört bei YouTube, die gesagt haben, das ignoriert man oder das sieht man nicht mehr nach ein bisschen Benutzung oder das fühlt man noch nicht mehr. Ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, ich fühle es ganz stark, ich sehe es ganz stark. Es ist okay, man gewöhnt sich daran, das kann ich unterschreiben, ja. Aber, dass es nicht stört, also das trifft auf mich nichts zu. Und man, ja, wie gesagt, trotz des relativ großen Außendisplays für jede richtige Benutzung habe ich es aufgeklappt. Also sei es jetzt ein Foto machen oder im Webbrowsen oder YouTube gucken etc. Und dann hat man halt immer diesen Knick da und man ist irgendwie immer damit konfrontiert. Das macht meiner Meinung nach wirklich nicht so viel Sinn. Ich hatte als letztes das Honor Magic V2 im Test. Das ist dieses andere Konzept, also wie das Galaxy Fold nicht schlippt. Also ihr habt das normale Smartphone und faltet das auseinander und habt dann im Prinzip das kleine Tablet. Das macht meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn tatsächlich als das Flip. Wobei das Flip durchaus ganz geil ist eigentlich, weil ihr habt halt das kleine Gerät und so und das passt locker in die Hosentasche. Und dann könnt ihr es halt einfach aufklappen und dann ist es fertig. Eine Sache, wo ich es gerade aufgeklappt habe, hier im Powerbutton ist ja, wie ich gesagt habe, der Fingerabdruckscanner. Der ist für meine Hände, ich habe nun auch einen relativ breiten und relativ nicht so langen Daumen, hätte der für Powerbutton nicht da sein sollen, sondern hier. Weil wenn ich das so halte, komme ich eher dahin. Aber um daran zu kommen, muss ich halt ein bisschen umgreifen. Hat mich persönlich in der Benutzung gestört. Deswegen habe ich Face ID angemacht. Nicht Face ID, es ist ja nur eine Kamera. Also Gesichtsentsperrung aktiviert. Das funktioniert gut. Durchaus gut und schnell. Und mal schauen, ob ich das mal eben ganz kurz zeigen kann. So. Jetzt erkennt es mich nicht. Doch, jetzt hat es mich erkannt. Hochwischen. Fertig. Ich habe hier, ne genau, ich habe hier nichts mehr drauf. Beziehungsweise AIDA, beziehungsweise AIDA64 habe ich nochmal eben schnell installiert. Dann kann man einmal nochmal kurz gucken. Hier. System, faltbar 8 GB, RAM 256 GB, Speicher, Platz Bluetooth 5.3. Da war ich. CPU ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Sieht man das da oben? Ja, das sieht man da oben. 8 Octa-Core. Android Versionsnummer 14. Android Sicherheitspatch Level ist der erste sechste. Das ist nicht geroutet. Erwartet man. Ja. Das Ganze, das funktioniert sehr gut. Am Anfang, wenn man das Gerät einrichtet, kommt hier eine Warnung. Also dieses Display innen drin ist sehr empfindlich. Du dürft auf keinen Fall mit dem Fingernagel ran. Kein Stab soll dazwischen gehen. Dann geht das halt kaputt. Die Folie, die da drauf ist, bloß nicht abmachen. Dann geht das kaputt. Aber im Alltag kann man das natürlich ganz normal benutzen. Wie gesagt, dieser Falt da in der Mitte, der Knick, der stört mich persönlich. Aber man kann es halt einfach benutzen. Starten wir einmal die Kamera. Ne, das ist die andere Kamera. Die Kamera. Das ist die offizielle Samsung-Kamera. Ihr habt da Modus wie Portrait. Foto, ihr könnt mit Goodlock einstellen, beziehungsweise über Goodlock mit dem Camera Assistant, dass der zwei X-Button angezeigt wird. Es ist aber digitaler Zoom. Vierfach geht dann auch. Bis Zehnfach. Zehnfach ist echt nicht mehr gut. Nutzt mal bis, also maximal bis Vierfach, würde ich sagen. Alles über Vierfach würde ich echt nicht mehr sagen. Unter mehr habt ihr dann noch Modi W, Essen, Zeitlupe, Super, Slowmore, Hyperlapse, etc. Die Kamera, die ist nicht schlecht. Die ist bei weitem nicht so gut wie ein S23 Ultra. Wahrscheinlich ein S24, etc. Die sind alle besser. Und die Kamera hat ein Problem, was alle Samsung-Smartphones haben. Jedenfalls mit der Hauptkamera. Die Farbabstimmung. Ich mache einmal kurz Pause. Die Farbabstimmung mit der Standard-Samsung-App, die passt einfach nicht. Schaut euch mal hier den Himmel an. Ich weiß nicht, wie man das dann im Video schlussendlich sieht. Der Himmel auf diesem Foto ist viel, viel, viel zu blau. Wischt man, rüber sieht der Himmel auf dem Video tatsächlich ganz genauso aus. Das sind Fotos, die packe ich in die Testfotos. Testfotos, passend zu dem Test, wird ja, oder kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos, wird der Test dann wie immer auf oad.de veröffentlicht. Dieses Foto ist mit einer portierten Version der Google-Camera aufgenommen. Dieses mit dem Stock. Dieses Foto, der Himmel, sieht viel, viel, viel besser aus. Viel realistischer. Was ich damit sagen will, die Farbabstimmung bei Rot und Blau und Gelbtönen passt mit der Stock-Kamera hier einfach überhaupt nicht. Viel zu stark. Das ist aber nicht nur, das ist kein Problem vom Z-Flip 5. Das ist auch ein Problem von meinem S23 Ultra und wie ich gelesen habe, wohl auch beim S24 und der gesamten S24-Serie. Schade, das müsste Samsung eigentlich nochmal in den Griff bekommen. Das wäre durchaus schön. Das kann zum Beispiel selbst ein Honor 200. Damit nehme ich dieses Video auf deutlich besser. Finde ich schade. Ja, ansonsten, ihr habt ein wirklich ganz herrlich verarbeitetes Gerät. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die Rückseite hier ist ein bisschen glatt und rutschig. Also wenn ihr das irgendwie habt, aufpassen, dass es euch nicht runterfliegt. Ist mir nicht einmal passiert. Und wäre es mein Gerät, hätte ich ein Case für die Rückseite und für die Vorderseite, wenn es das gibt. Keine Ahnung. Ansonsten, erinnert mich das Gerät an so einen Communicator von Star Trek, passend das Wallpaper. Beam me up, Scotty, kann man da nur sagen. Foldable? Foldables. Ja, wie ich gesagt habe, ich finde die, bei Samsung wäre es dann das Fold 5 oder das kommende Fold 6 oder das Pixel Fold. Das, was ich im Test hatte, das Honor Magic V2. Diese Variante der Foldables, also dass ihr ein normales, großes Smartphone habt und es vergrößert, um ein Tablet zu kriegen, finde ich persönlich sinnvoller als das Flip halt. Weil wie gesagt, ihr könnt das so gut transportieren. Ihr könnt mit dem Außendisplay durchaus Nachrichten lesen. Ja, ein Spiel spielen habe ich gezeigt. Würde ich nicht machen. Habe ich nur getestet. Aber zum Benutzen müsst ihr es halt aufklappen. Das ändert sich für mich einfach nicht. Und das würde mich persönlich im Alltag furchtbar nerven und stören, dass ich das immer machen muss. Weil dann habe ich halt nicht mehr das schöne kleine Gerät. Eigentlich zum Benutzen habe ich trotzdem dieses lange Gerät. Und ja, da führt halt kein Weg dran vorbei. Bevor ich jetzt stoppe, gehen wir noch einmal kurz, was ich euch gesagt habe, in die Goodlock App rein. Die kriegt ihr aus dem Samsung eigenen App Store. Und da müsst ihr unter Make-Up euch die Home-App ab. Nicht die Home-App, sondern Home-App runterladen. Und wenn ihr das habt, seid ihr nicht da, wo ihr hinwollt. Was rede ich denn? Ihr müsst natürlich nicht Make-Up, sondern unter Live-App. Ich lasse das einfach drin. Und so eins kann sich ja auch mal versprechen. Und ihr müsst euch die Multistar-App runterladen. Das ist es. Und dann könnt ihr I Love Galaxy Foldable. Erscheint dann auf den Foldables. Und dann geht ihr da rauf und dann habt ihr das Launcher-Widget. Das ist das, was ihr im Prinzip für das Mini-Display da vorne hinzufügen müsst. Das Launcher-Widget. Und in dieser App könnt ihr dann alles anhaken, was da angezeigt werden soll. Instagram, Health, Gaming Hub, whatsoever. Und dann steht hier aber auch, ist halt nicht alles optimiert für den Cover-Screen. Das sieht man, das spürt man aber gerade so. Die ganzen eigenen Samsung-Apps, die aber offiziell nicht unterstützt werden, wie Galerie und so. Könnt ihr da alle reinpacken. Das funktioniert sehr, sehr gut. Gut, ich kann es euch ja noch einmal ganz kurz zeigen. Ich suche nur ein Foto aus. Ja, was halt nicht privat ist. Nicht wahr? Ja, hier, das kann ich auch zeigen. So sieht dann so die Galerie aus. Und dann könnt ihr hier rauf gehen und euch die Crew angucken zum Beispiel. Das funktioniert. Und das ist interessant. Aber für den Alltag, ich habe es ja schon mal gesagt, macht das Fold für mich mehr Sinn als das Flip. Vielen Dank an O2 noch einmal für die Bereitstellung dieses Bundles. Hat mir großen Spaß gemacht, das jetzt testen zu können. Und ich hoffe natürlich auch weiterhin Testgeräte zu bekommen und euch somit mit Tests versorgen zu können. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, der vollständige Testbericht folgt dann auf oad.de in der Kategorie Blog One More Thing Tests, glaube ich. Genau. Kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos dann. Ja, wie gesagt, auf oad. Wir lesen, hören oder was auch immer uns. Ich sage vielen Dank und macht's gut. Ciao.